Guten Tag und willkommen in Ost-Berlin. Wir schauen uns das Zusi-Streckenmodul Hohenschönhausen an. An dieser Stelle befinden wir uns auf der Strecke der S-Bahn Linie S75 vom Bahnhof Springpfuhl hinter uns nach Wartenberg. Das hier links ist der Berliner Außenring im Abschnitt Biesdorfer Kreuz zum Karoer Kreuz. Und die Lücke, die dahinter zu sehen ist, die würde, wenn man es bauen würde, ausgefüllt werden vom Güterbahnhof Berlin Nordost. Solange diese Lücke besteht, ist also hier dann auch die Bebauung etwas spärlich ausgeführt. Ich weigere mich innerlich jetzt deswegen dann hier, man müsste halb Hohenschönhausen nachbauen, um dann hier eine vernünftige Kulisse zum jetzigen Zeitpunkt hinzubekommen. Das würde allerdings alles wieder entbehrlich werden, sobald eben der Bahnhof Berlin Nordost dann existiert. Dann verdeckt der nämlich hier diese Sichtachse. Rechterhand so das Niemandsland zwischen Marzahn und Hohenschönhausen. Die Hochspannungsleitungen hier habe ich mit dem neuen Hochspannungsbaukasten vom Kollegen Dieter errichtet. Dadurch wurde es möglich, die Hochspannungsmasten in ostdeutscher Bauweise zumindest näherungsweise richtig darzustellen. Eigentlich sind das hier halt nicht die richtigen Traversen dafür und zum Beispiel fehlen jetzt hier auch die Erdseile, weil die sitzen im Original hier auf zusätzlichen Hörnern hier an der Außenseite. Aber zumindest sind die Masten vorbildgerecht ohne Spitzen. So, es geht am Gelände eines Autoverwerterbetriebes vorbei und dann unter der Gehrenseebrücke hindurch haben wir den Haltepunkt Gehrenseestraße erreicht. Auf der rechten Seite kommt da jetzt schon Hohenschönhausen in Sicht. Und das hier sind die Einfahrsignale des Bahnhofs Hohenschönhausen S-Bahn. Am Außenring ist Hohenschönhausen eine reine Abzweigstelle mit einem angegliederten Haltepunkt. Rechts sind jetzt hier zu sehen zwei markante Hochhäuser, die Falkenberger Chaussee 91 und die Grevesmühlner Straße 10. Ihr wundert euch vielleicht jetzt ein bisschen, diese Hochhäuser sehen ein bisschen merkwürdig aus. Zur Darstellung der Stadtkulisse habe ich nämlich das 3D-Stadtmodell des Landes Berlin verwendet. Die haben also sämtliche Häuser, die es in Berlin gibt, als niedrig detaillierte 3D-Modelle unter einer relativ liberalen Lizenz, also Namensnennung reicht aus, haben die das alles verfügbar gemacht und damit sind diese Dinger im Prinzip für zu sie nutzbar. Und das habe ich also zum Bau dieses Streckenmoduls einfach mal genutzt. Die Qualität dieser Texturen ist allerdings ein bisschen grenzwertig. Man sieht das hier jetzt also auch schon. Irgendwas stimmt hier mit den Fenstern zum Beispiel nicht. Wenn man sich das mal anschaut, was dieses 3D-Stadtmodell liefert, dann sieht das nämlich erstmal so aus. Es wurden also Luftbilder genommen, die nahezu senkrecht aufgenommen worden sind. Da ist auch ein bisschen Fassade dann zu sehen und das wurde dann vom Dienstleister, der das erstellt hat, hier auf solche Schuhkarton-Bauten dann drauf texturiert. Jede Fläche dieses Hauses hat also auch dann eine eigene Bilddatei und um das also dann für Zusi überhaupt erstmal nutzbar zu machen, musste ich das dann von Blender dann in eine gemeinsame quadratische Textur dann hineinbacken lassen. So sah das dann am Ende aus. Also dieses 3D-Stadtmodell liefert einem Häuser in sehr niedriger Detaillierung, aber eben, wenn sein muss, jedes Haus, was es im Stadtbereich Berlin gibt. Und dadurch wurde es mir im Fall des Streckenmoduls Hohenschönhausen überhaupt erst möglich, da eine Stadtkulisse dann anzudeuten. Man könnte vielleicht eine Aktion starten, dass nochmal jemand loszieht und dann die allerschlimmsten dieser Häuser, die auch relativ nah an ihren Bahngleisen stehen, dass man die nochmal selber durchfotografiert. Aber dieses 3D-Stadtmodell war jetzt erstmal das, was den Bau dieses Streckenmoduls hier wirklich dann gerettet hat. An dieser Stelle haben wir jetzt hier auch eine sogenannte Trennstelle. Trennstellen sind Stromschienenlücken, die so lang sind, dass ein kompletter Viertelzug der S-Bahn dann da reinpasst und deshalb stromlos wird. Die sind, wie zu sehen, ist dann hier auch mit den EL-Signalen, EL1 und da hinten dann EL2 gekennzeichnet. Die haben ja eigentlich die Bedeutung Hauptschalter aus- bzw. dann Hauptschalter wieder einschalten. Bei der S-Bahn Berlin wird allerdings auf das Ein- und Ausschalten des Hauptschalters verzichtet. Das Einzige, was man machen muss als Triebfahrzeugführer, man muss also vor Erreichen dieses Signals EL1 dann die Leistung abgeschaltet haben, damit der Zug also dann in dem Moment, wo dann die Stromabnehmer hier ins Bergfreie fallen, dann nicht auch noch Strom zieht und dadurch dann ein derber Abreißfunke entsteht. Das ist nämlich die eigentliche Gefahr an diesen Trennstellen. Dadurch, dass die S-Bahn ja mit einer Stromschienenspannung von nur 750 Volt operiert, sind also die Ströme, die dann da fließen, ziemlich erheblich. Dadurch würden die Stromschienen und die Schleifschuhe ziemlich schnell abbrennen und deswegen ist es also wichtig, dass man hier leistungslos dann diese Trennstelle passiert. Die einzige S-Bahn-Baureihe, für die das nicht gilt, ist die 485. Der 485 hat Narrenfreiheit, weil dieser Zug hat eine vom ersten bis zum letzten Wagen durch den ganzen Zug durchgekuppelte Hochspannungsleitung. Dadurch wird vom 485 jede Trennstelle gnadenlos gebrückt. Das führt dazu, die Trennstellen, wo die Baureihe 485 fahren soll, müssen also auch speziell ausgerüstet sein, spezielle Übergangstrennstellen, Brückenschaltung. Weil wenn es sich so wie hier dann um zwei Speisebezirke eines oder sogar noch verschiedener Uta-Werke handelt, dann können da auch erhebliche Ausgleichsströme dann fließen, während also der 485 die Trennstelle überbrückt. Ich weiß gar nicht, ob tatsächlich jemals alle Strecken der S-Bahn Berlin mit solchen Übergangstrennstellenschaltungen ausgestattet worden sind. Ich weiß also, dass Mitte der 90er Jahre, da waren die Strecken nach Potsdam, nach Oranienburg und auch nach Strausberg-Nord, die waren noch nicht für die Baureihe 485 ertüchtigt. Hier nach Wartenberg darf der 485 aber fahren. So, durch das Signal EL2 wird also dann die Stelle gekennzeichnet, wo dann der gesamte Zug dann auch wieder im Bereich einer Stromschiene sich befindet. Und ab hier darf dann auch wieder Leistung aufgeschaltet werden. Elektrisch gebremst werden darf immer, auch im Bereich einer Trennstelle. Weil die Züge sind so smart. Sobald einer der Stromabnehmer eines Viertelzuges keinen Kontakt mehr zur Stromschiene hat, dann merkt der Zug das und schaltet dann automatisch von elektrischer Bremse auf Druckluftbremse um. Und damit haben wir dann den Bahnhof Hohenschönhausen erreicht. Der ist im Wesentlichen um diese Straßen- und Straßenbahnbrücken drumherum gebaut. In der realen Welt befindet sich hier in diesem Bereich des Bahnsteigs dann auch noch eine relativ aufregende Treppenrampenkonstruktion, mit der man dann als Fußgänger und Rollstuhlfahrer dann von der Brücke hier auf den Bahnsteig dann auch draufkommt. Auf die Nachbildung dieser komplizierten Rampe habe ich verzichtet, weil irgendwo hat alles auch ein Ende. Ich habe insgesamt für dieses Modul hier 90 Stunden für den Strecken- und Landschaftsbau verwendet, dann über 60 Stunden für den ganzen sonstigen Objektbau und fast 20 Stunden für sonstige Umsysteme, die man also benötigte, um erstmal die Berliner S-Bahn ans Laufen zu bekommen oder auch hier das Fahrleitungssystem für den Außenring. Das ist auch zum großen Teil eine Neuentwicklung, da kommen wir gleich noch drauf. Also falls jemand meint, dass diese Treppenrampe hier noch fehlt wirklich, dann sage ich, ja, ihr könnt das gerne handgreiflich selber noch nachfrickeln, aber ich bin der Meinung, ich habe genug getan. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Treppe hier, das Treppenhaus, nur zur Hälfte ausfüllt, weil im Original ist diese Treppe hier also auch Teil dieser Rampenkonstruktion, während ich hier einfach die südliche Treppe nochmal recycelt habe. Das hier ist das ehemalige Stellwerk HSH für den S-Bahn-Teil des Bahnhofs Hohenschönhausen. Das war seit Eröffnung der S-Bahn-Strecke nach Wartenberg 1985 dann bis 2019 hier für die Betriebsführung zuständig. Es war also so, dass im Dezember 1984 die S-Bahn-Strecke erstmal bis hier nach Hohenschönhausen eröffnet worden war, eingleisig als Stichstreckenbetrieb. Und ein Jahr später kam dann die Verlängerung bis Wartenberg und dann ging eben auch das Stellwerk in Betrieb, um hier hinten dieses Weichentrapez dann zu steuern. Das war ein elektromechanisches Stellwerk, der Bauart E1278. Da schließt sich dann die vielleicht interessante Frage an, warum denn die Deutsche Reichsbahn noch im Jahr 1985 neue elektromechanische Stellwerke in Betrieb nahm. Auch in der DDR waren damals natürlich schon Drucktasten-Relais-Stellwerke eigentlich der Stand der Technik. Aber es war so, dass die Firma WSSB als der Alleinlieferant für Stellwerke in der DDR absehbare dauerhaftere Lieferschwierigkeiten bei Relais-Stellwerken hatte. Das heißt, die Reichsbahn hätte gerne mehr Drucktasten-Stellwerke abgenommen, als WSSB liefern konnte. Elektromechanische Stellwerkstechnik, die war wohl irgendwie weniger ein Problem. Und deshalb sagte man dann, okay, dann bauen wir eben verstärkt dann doch wieder elektromechanische Stellwerke. Bringen die allerdings so ein bisschen dann zumindest in die Nähe des heutigen Standes der Technik. Und damit war dann das E1278-Stellwerk erfunden. Technisch waren diese Stellwerke Zwitter aus E43-Technik und Relais-Technik vom GS2-Stellwerk. Die hatten also typischerweise sogar ein Stellpult in GS2-Technik. Allerdings lediglich als sozusagen Anzeigeebene, während die Bedienebene normalerweise ein elektromechanisches Hebelwerk war. Die Deutsche Reichsbahn hat also tatsächlich bis zu ihrem Ende immer mal wieder dann auch noch elektromechanische Stellwerke in Betrieb genommen. 1992 zum Beispiel, dann ging sogar noch auf dem Rangierbahnhof Wuhlheide, übrigens nur ein paar Kilometer südlich hier von Hohenschönhausen, ein elektromechanisches Stellwerk als Neubau in Betrieb. Das war das Stellwerk W2. Dieses Stellwerk Wuhlheide W2 war übrigens keine sehr zukunftsträchtige Investition, weil 1994 wurde der ganze Rangierbahnhof dort dann dicht gemacht und dann war dieses Stellwerk also am Ende für weniger als zwei Jahre nur in Betrieb. Seit 2019 das ESTW in Betrieb ging, wird hier an dieser Stelle die Einfahrt in das Stumpfgleis mit einem ZS3 Kennziffer 4 dann signalisiert. Vorher hat man das jahrzehntelang mit LF-Signalen, LF 6 und 7, beziehungsweise deren entsprechende Vorgänger im Signalbuch der Deutschen Reichsbahn bewerkstelligt. Ursprünglich sollte diese LF-Signalisierung auch ins ESTW übernommen werden. Aus irgendeinem Grund hat man sich allerdings zu einem relativ späten Zeitpunkt dann entschieden, es dann eben doch über ZS3 dann jetzt künftig zu machen. Was da der Hintergrund dieser späten Planänderung war, würde mich ehrlich gesagt durchaus interessieren. Ich würde vermuten, dass bei der Planprüfung vielleicht aufgefallen ist, dass eine Einfahrt in ein Stumpfgleis mit LF 6 und 7 signalisiert ja eine doch eher exotische Lösung ist, die wahrscheinlich schon immer eine Ausnahmegenehmigung brauchte, die man jetzt nicht mehr bekommen konnte. Die Firma Siemens als Signalbaufirma wird das vermutlich gefreut haben, weil so konnten sie nachträglich dann zwei zusätzliche Stelleinheiten abrechnen für die beiden alleinstehenden ZS3 und den Aufschlag für nachträgliche Änderungen des Planteils 1 dieses Stellwerks. So, und damit haben wir dann die Endstation der S75 in Wartenberg erreicht. Mal eine kleine Schätzfrage für 3D-Modellbauer und solche, die es noch werden möchten. Was schätzt ihr, wie viele Dreiecke erforderlich sind für hier 142 Meter ausmodelliertes Trapezblech an diesem Bahnsteigdach hier? Das ist also hier tatsächlich alles ausmodelliertes Trapezblech in der Lottstufe 0. Es sind 51.000 Dreiecke. Das ist also durchaus schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, aber ich bin der Meinung, das muss einfach auch sein. Es ist jetzt nicht so, dass dieses Streckenmodul hier super performanceanspruchsvoll wäre. Da kann man sich solchen Luxus absolut dann auch mal leisten. So, Wartenberg ist also für die S-Bahn Endstation, aber wie man sieht, es geht hier noch weiter. Und zwar in Form eines Baugleises für die bis heute noch nicht realisierte Verlängerung der S-Bahnstrecke bis zur Sellheimbrücke zwischen Blankenburg und Karo. Diese Verlängerung war also von der Reichsbahn dann Ende der 80er Jahre geplant worden. Es war dann sogar bis zur Sellheimbrücke das Planum für die Strecke, das war geschoben worden. Und es wurden dann auch hier unmittelbar gewissermaßen jenseits dieser Streckenmodulgrenze hier, geht hier so eine Brücke dann entlang über den Wartenberger Weg führt die drüber weg. Die Brücken überbauten, die waren auch dann bis Anfang der 90er Jahre bereits eingehoben worden. Das Baugleis selber endet jetzt hier an dieser Stelle. Weil die noch von der DDR geplante Großwohnsiedlung da oben im Bereich Karo Blankenburg dann doch nie zustande kam, wurde das also dann Anfang der 90er Jahre dieser S-Bahn-Bau abgebrochen. Seitdem geistert dieses Bauprojekt allerdings wie ein untoter Zombie weiter durch die Gegend. Und es taubte dann zum Beispiel vor einigen Jahren dann auch in einer Reihe von Projektideen, die unter dem Titel I-2030 liefen, dann wieder auf. Das letzte, was man jetzt davon hörte, war allerdings, dass es dann auch wieder eine Streichliste zu diesem Projekt I-2030 gab von Maßnahmen, für die dann jetzt wohl doch kurzfristig kein Geld da ist. Und da war also die Verlängerung der S-75 bis zur Sellheimbrücke dann auch wieder mit dabei. Also es bleibt spannend. Es könnte also in der Zukunft durchaus dazu kommen, dass die S-Bahn hier irgendwann noch verlängert wird. Die große Stunde dieses Baugleises hier sollte übrigens im Jahr 2019 schlagen, als im Zuge des ESDW-Baus dann auch die Strecke von Springfuhl bis Wartenberg erstmalig grundhaft erneuert wurde. Da wurde dann von Seiten der DB ins Spiel gebracht, dass die Gleisbaufirma ja das Baugleis hier freischneiden und die Weiche, die wir vorhin gesehen haben, gängig machen könnte und dann hier vom Wartenberger Weg aus ihre Baulogistik dann für die Gleiserneuerung dann regeln könnte. Ob das tatsächlich so gemacht worden ist? Keine Ahnung. So, dann wechseln wir jetzt auf den Außenring. Deswegen, ich habe hier an dieser Stelle noch das letzte HL-Blocksignal mitgenommen. Das ist in der echten Welt inzwischen durch ein ESDW-Blocksignal an einem anderen Standort ersetzt worden. Ob es in Susi bei diesem HL-Signal bleibt oder ob da nicht doch noch dann ein ESDW kommt, wird man mal gucken müssen. Ich hätte ehrlich gesagt große Schwierigkeiten, wenn ich das Streckenmodul Karower Kreuz mit HL-Signalen realisieren müsste. Weil, was sich bei meinen Streckenbauten im Reichsbahngebiet jetzt schon mehrfach als äußerst nachteilig herausgestellt hat, ist, es war bei der Deutschen Reichsbahn nicht üblich, in signaltechnischen Lageplänen die Bestückung der HL-Signale dort mit einzuzeichnen. Aus Plänen in westdeutscher Tradition kann man hingegen normalerweise immer sehr gut entnehmen, das Signal hat ein ZS1 und ein ZS2 mit den Kennbuchstaben X und Y und ein ZS3 mit Kennziffer 6 und dann ist man da kuriert. Im Reichsbahngebiet gehen diese Angaben hingegen nur aus den sogenannten Signaltabellen hervor. Und die hat man in der Praxis fast nie. Weil die Signaltabellen waren Domäne der Fachlinie Leit- und Sicherungstechnik. Die wurden also erheblich weniger breit gestreut als die sonstigen Gleispläne, mit denen also zahlreiche Eisenbahner hantierten. Und das führte dazu, dass solche Signaltabellen natürlich auch in weitaus geringerem Umfang als die Lagepläne dann in irgendwelchen Schattenarchiven im Laufe der Jahrzehnte landeten. Schattenarchive, das hört sich jetzt an wie Underground und Darknet oder so. Als Schattenarchive bezeichnen Eisenbahnhistoriker ganz einfach die privaten Sammlungen irgendwelcher Eisenbahnfreunde. Jo, also in dieser Fahrtrichtung entlang des nördlichen Berliner Außenrings ist die Quellenlage für einen möglichen Weiterbau doch eher schwierig derzeit. Die Wachstumsperspektiven dieses Berliner Zusi-Streckennetzes sehe ich derzeit eher in südlicher Richtung entlang des Außenrings nach Schönefeld ganz besonders. So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg in die Gegenrichtung. Hier an dieser Stelle ist ein kleiner Versuch von mir zu sehen. Ich habe bei diesem 8 Meter Rahmenflachmast mal eine neue Bauweise erprobt, abgeleitet aus den Erfahrungen, die ich hier gemacht hatte beim Backen der Texturen für die Stadtkulisse. Und zwar habe ich dann für diesen Mast hier mal eine Textur gebacken mit sogenannter Ambient Occlusion. Diese Textur ist also vollständig durch Blender errechnet worden. Und zwar hat er insbesondere dann hier den Schattenwurf im Mastinneren dieses Rahmenflachmastes dann gerechnet. Das Ergebnis sieht also dann so aus wie je zu sehen. Hier rechts im Vergleich derselbe Mast ohne diese Textur. Man sieht also, der wirkt ganz erheblich weniger plastisch, obwohl der von der Geometrie her ist das 1 zu 1 dasselbe. Das wäre also etwas, was man bei den Zusi-Fahrleitungsmasten künftig vielleicht dann verstärkt auch mal nutzen könnte. Ich habe das bei diesem Mast jetzt hier einfach mal versuchsweise für mich realisiert. Ob wir Masten in dieser Bauweise zukünftig dann auch in den offiziellen Zusi-Bestand einführen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Weil an und für sich verträgt sich diese Baureise nicht ganz so gut mit den sonst üblichen Zusi-Bauprinzipien. Also zum Beispiel Lottstufen und Mehrfachnutzung von Texturbereichen. Mehrfachnutzung geht schon allein deshalb nicht, weil es ist bei dieser Berechnung der Ambient Occlusion, es ist absolut wichtig, sonst funktioniert das nicht, dass also jede Fläche hier dieses Mastes einen eigenen Platz auf der Textur hat. Man kann die nicht sinnvoll mehrfach nutzen, dann kommt es zu optischen Fehldarstellungen. Und beim Thema Lottstufen, da sind einige sonst übliche Bauweisen dann auch nicht mehr gangbar. Solange also die niedriger detaillierten Level-of-Detail-Stufen einfach nur dadurch entstehen, dass man Dreiecke weglässt, geht das noch einigermaßen. Aber wenn man zum Beispiel dann, wie bei diesem Bahnsteigdach hier, dann möchte man ja möglicherweise dann, anstatt das ausmodellierte Trapezblech, möchte man dann auf der Textur dann hier ein hell-dunkel wechselweise aufgemaltes Trapezblech haben. Das hinzubekommen in dieser Bauweise mit Ambient Occlusion ist sehr, sehr schwierig. Da hatte ich mich also dann beim Bau dieser Bahnsteigdächer, bei denen hatte ich also das auch mit Ambient Occlusion, die Textur realisiert, hatte ich mich da auch schon in eine ziemliche Ecke manövriert, weil eben dieses dann Ersetzen von Dreiecken durch auftexturierte Details, das ist also bei gebackenen Texturen sehr, sehr schwierig. Okay, soweit also jetzt ein kleiner Exkurs in Richtung 3D-Modellbau. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt mir zuhört, weil ihr euch für Eisenbahn interessiert oder für 3D-Bau. Ich bemühe mich jetzt im Folgenden dann auch wieder über Eisenbahn zu sprechen. Oder eben über Land und Leute hier rundherum. Auf der rechten Seite ist hier ein riesiger Lärmschutzwall zu sehen. Der ist irgendwann nachträglich dann hier aufgeschüttet worden. Interessanterweise halt tatsächlich nur für die eine Seite hier, für die westliche Seite der Wohnsiedlung. Dort scheinen irgendwie die Weicheier zu wohnen, während hier im Osten, da wohnen die harten Jungs, die brauchen keinen Lärmschutz, die haben keinen Lärmschutzwall. Lf6 für den Fall, dass man in Richtung Bahnhof Berlin-Nordost abbiegt. Hier an dieser Stelle haben wir ein schönes Beispiel für das, was ich eben erzählt habe. Nämlich, dass aus Signallageplänen der Reichsbahn die Bestückung der HL-Signale nicht hervorgeht. Also zunächst mal musste ich einiges an Forschung betreiben, um herauszufinden, dass es sich bei den Lichtstreifen hier unter diesen Signalen um tatsächlich grüne Lichtstreifen handelt, also 100 kmh. Das konnte im ersten Moment nur relativ zufällig von mir geklärt werden, weil es gab zufälligerweise im Internet eine Führerstandsmitfahrt, wo mal jemand hier in Richtung Berlin-Nordost dann abgebogen ist. Und dort war im Video dann zu sehen ein KS-Signal, das hier dieses Signal vorsignalisierte. Und dort war also ZS3V-Kennziffer 10 zu sehen. Der Lichtstreifen selber war übrigens im Video gar nicht zu erkennen, weil die Sonne einfach ungünstig stand. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Mensch, grüner Lichtstreifen ist doch klar. Das sind ja hier dicke Weichen für 100 kmh. Ich fand das gar nicht so klar, weil wir sind ja vorhin gerade an einem LF6-Kennziffer 6 vorbeigekommen. Es könnte ja durchaus auch sein, dass man hier dann sagt, es lohnt sich überhaupt nicht, hier noch mit 100 kmh dran vorbeizuschießen, weil man muss ja da hinten eh auf 60 kmh runter. Ähnlich aufregend war die Klärung der Signalisierungssituation hier bei dem Signal auf der Brücke. Man sieht, hier sind zwei Zusatzanzeiger dran. Einer davon ist klar, der wird das ZS6 in Richtung Biestorfer Kreuz sein. Aber was zeigt denn wohl der zweite Zusatzanzeiger an? Da stellte sich dann nach einiger Recherche raus, es handelt sich hier um ein ZS2 mit den Kennbuchstaben L und R. Wenn man sowas hat, da kommt man nicht selber drauf. Überhaupt keine Chance. Ich finde es ja selbst, nachdem ich das herausgefunden habe, finde ich es noch bemerkenswert, dass hier dann links und rechts offenbar signalisiert wird, anstatt N für Nordost und A wie Außenring oder irgendwie sowas, was dann sogar selbsterklärend wäre. Bevor jetzt jemand ankommt und vorschlägt, ich soll doch zum Thema ZS2-Kennbuchstaben in die Angaben für das Streckenbuch reinschauen, das ist das, was ich als erstes versucht habe. Dieses Signal hier am Gegengleis ab 2 Kronen-Schönhausen ist offenbar so unwichtig, dass man es dort nicht für erwähnenswert hielt. Im neuen ESTW-Biesdorferkreuz ist das jetzt übrigens anders gelöst. Das neue KS-Signal an dieser Stelle zeigt jetzt die Kennbuchstaben N für Nordost und U, wo sich dann auch schon wieder die Frage stellt, wofür steht denn das jetzt eigentlich? U wie untenrum oder Streckengleis U oder was hat der Künstler sich dabei gedacht? Noch ein Wort hier zu der Signalbrücke. In der echten Welt war die zuletzt ziemlich heruntergekommen, weil offenbar man dort keine neue Lackierung nochmal spendieren wollte, bevor dann das ESTW-Biesdorferkreuz-Fernbahn kam. Eine Nachbildung dieses runtergekommenen Zustands wäre sehr, sehr schwierig für mich geworden und ich wollte diese Signalbrücken in Reichsbahnbauweise möglichst auch in halbwegs allgemeingültiger Form als Bausätze erstellen, um dann eben eine vernünftige Wiederverwendbarkeit sicherstellen zu können. Signalbrücken dieser Bauweise werden nämlich im ganzen Reichsbahngebiet überall verwendet und es wäre doof, wenn dann überall in den neuen Bundesländern die Signalbrücken aussehen würden, als wenn sie gleich zusammenbrechen, nur weil eben das Ursprungsvorbild hier in Hohenschönhausen in einem ausnehmend schlechten Zustand war. Solche Signalbrücken sind zum Beispiel in Berlin in den 90er Jahren auch noch neu errichtet worden auf der Stadtbahn und dort sind die bis heute in ziemlich gutem Zustand, sehen also diesem Ding hier sehr, sehr ähnlich. Hier oben werden Fernwärmeleitungen über die Bahn drüber weggeführt. Die Fahrleitungsbauteile für Hohenschönhausen musste ich zum größten Teil erstmal neu erstellen. Ich hatte zwar schon für die Güterglückerstrecke einen Fahrleitungsbaukasten erstellt, allerdings hat die Strecke dort die Besonderheit, dass sie in der echten Welt mit übrig gebliebenem Altmaterial aus den 60er Jahren elektrifiziert worden war. Die Bauteile waren also zum größten Teil dort grün lackiert, während Hohenschönhausen ist ein Beispiel für späte Elektrifizierung der Reichsbahn ab den 70er Jahren, wo die Bauteile dann größtenteils in Grau gehalten sind. Ich musste also viele Teile erstmal zumindest in einer neuen Farbvariante in die Welt setzen und auch vieles komplett neu konstruieren, unter anderem für die Durchfahrt unter der Bahnhofsbrücke hier. Hier dann auch nochmal eine Signalbrücke, diesmal in zweiarmiger Bauweise. Bei den Blocksignalen auf dem Außenring habe ich einen etwas älteren Signalisierungszustand nachgebildet. Im Jahr 2013 hatten die Dinger halt definitiv noch weiß-gelb-weiße Mastschilder. Das ist jetzt vor einigen Jahren irgendwann geändert worden, seitdem sind die weiß-rot-weiß. Aber ich habe mir gesagt, damit wir also dann auch erstmals HL-Signale mit diesen Mastschildern haben, mache ich dann halt die alte Variante. Hier links treffen sich aus zwei Richtungen Hochspannungsleitungen. Da ist dann auch hier hinter den Bäumen befindet sich da ein Umspannwerk. Das hier ist ein Einfahrsignal des Bahnhofs Berlin Nordost und rechts davon, das ist ein Zielgleis für den Ablaufberg. Deswegen gibt es hier auch dieses Abdrucksignal. Und hier in diesem Abschnitt des Außenrings haben sich teilweise bis heute noch alte Hektometertafeln in Reichsbahnbauweise gehalten. Das war relativ witzig. Als mir das aufgefallen ist, dass die Dinger hier teilweise noch gab, da hatte ich bereits 40 Stunden Videos hier von dem Streckenabschnitt geschaut und ich hatte das nie gesehen. Und irgendwann ist es mir dann allerdings wie Schuppen von den Augen gefallen. Mensch, da steht ja noch eine so eine alte Tafel. Oh, guck mal, noch eine und noch eine. Manche Dinge übersieht man also im ersten Moment erstmal. In diesem Bereich entfernt sich die S-Bahn etwas von den Außenringgleisen. Der Grund dafür war, die Deutsche Reichsbahn plante in den 80er Jahren den Bahnhof Berlin Nordost noch um ein Container-Terminal zu ergänzen. Diese Verladeanlage wäre hier auf diesem Gebiet entstanden und da hätte man die Gleise des Außenrings umverlegt und an die S-Bahn hier herangeschwenkt. Diese Verschwenkung des Außenrings war also beim Bau der S-Bahn 1984 bereits berücksichtigt worden. Zum Bau dieses KV-Terminals kam es dann allerdings nicht. Diese Pläne wurden also auch dann Anfang der 90er Jahre begraben. Und deswegen hat man jetzt hier so eine naturbelassene Brachfläche dann zwischen den beiden Bahnstrecken. Stattdessen hat sich dann hier eine Baustoffverwertungsfirma angesiedelt. Die haben dann aus irgendwelchen alten Bauhölzern haben die so eine provisorische Einzäunung ihres Betriebsgeländes sich gebastelt. Deswegen steht hier also stapelweise altes Bauholz. Am linken Gleis, das hier ist ein Vorsignal des Bahnhofs Biesdorferkreuz Nord. Und hier nochmal ein Blocksignal dann am Regelgleis. Ja, hier würde sich dann das Biesdorferkreuz anschließen. Da könnte ich mir vorstellen, das mal irgendwann zu machen, allerdings nicht jetzt sofort. Die spannende Frage wäre auch, ob es gelingt, nochmal den alten Rangierbahnhof Wuhlheide, der 1994 stillgelegt wurde am südlichen Ende des Kreuzes, ob man den im gleichen Abwasch nochmal rekonstruieren könnte für Susi. Das Land Berlin hat einen Satz ziemlich gute Luftbilder aus der Zeit, als es den Bahnhof noch gab im Internet. Ein sehr gutes Geländehöhenmodell ist ja auch verfügbar. Und damit ist dann die einzige enge Stelle, die es vielleicht noch zu klären gibt, dann die Signalisierung dieses Bahnhofs, der halt inzwischen in der Örtlichkeit komplett abgebaut worden ist. Übrigens weniger, was die Zugfahrstraßen angeht, sondern mehr die Rangiersignale und Wartezeichen. Das wäre also ein Bauprojekt mit einem starken Eisenbahnarchäologischen Einschlag. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich da Spaß dran habe irgendwann. So, das hier zu sehende Modul Hohenschönhausen werde ich als One-Shot veröffentlichen, sobald das nächste offizielle Susi Add-On-Paket durch ist. Vorher geht nicht, weil hier sind einige Bauteile verwendet worden, die kann ich nicht durchs One-Shot-Repo schleusen, weil die sind von Fremdautoren. Jo, und das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis demnächst auf dieser Welle. Tschüss.